Was ist das denn hier? Da! Achter Horn! 26. 6. 2. Das auch noch was! Ja, das ist nicht noch was. Ja! Achter Horn! Ja, jetzt noch mehr! Achter Horn! Genau! Hier ist das alles! Yes! Auf der linken Seite hätte man gut fahren können. So! Noch ein kleines Nest! Oh Gott! Hier auch noch! Ja! Auf der Aktor Horn! Oh, das versteht! Mit dem auch! Ja, nicht eigentlich geht nichts! Ja, noch ein bisschen mitgehen. Wie weit ist das denn? Ein Kilometer, ne? Dann fahren wir erst mal links rum. Ja, rechts rum. Ja, überhaupt noch nicht. Super, ist ja günstiger. Das ist ja gar nichts. Ein Quatschschutz in Holland. Fühl ich mich schon als Hollander. Zwei Tage in Holland gewesen. In Deutschland. Allein geht sich als Hollander zu bezeichnen. Ja. Tag der Hort, wir kommen gleich mal zurück. Alles klar. Oder wann er einfach erst mal mitfällt. Hier. Ja, gleich mitnehmen. Oder komm. Noch mal zurück. Da. Die ganze Ecke hier. Das ist schön grün. Ich glaube zum Glück auch kein Gänglicht. Weil wir mal ein paar Wolken davor sind. Und hier auf dem Schild zwei schwarze Kippen. Hier ist auch eine Spiele. Ein bisschen extra dran da. Wir laufen mit Mannschaftshausen und der Linken zusammen. So, so eine Wittbühne links da. Das müssen wir dir jetzt zeigen, wenn wir zurückkommen. Ne. Mal sehen. Ja, hier ist auch die Kirche irgendwo. Und zur Wettbühne geht's da rein. Die Fechte. Da geht's ja auch nicht. Endlich rein. Sogar noch ein bisschen weiter. Ach, nix. Und das ist die Hesterkante. Boah, Hesterkante hier. Ja. Da geht's ja. Warte von Backplatz. Warte von Backplatz. Warte. 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 Noch nie zu tun. Wie ist der Kante? Nein. Ich glaube, es ist ja nicht mehr so. Ja. Ich denke, das ist bei... Pass auf. Ja. Mein Name ist der Kante. Spaß und Freude. Und da noch was. Ich glaube, wenn wir hier die ganze Hitzerkante... Heute haben wir den 26.6.2013. Wir werden die Grenzen da hinten an. Wir lassen uns sehen. Ja, das ist der erste. Das war der Schweine Schaden. Luxus.